Was ist eine Stimmbandstörung? Stimmbandfunktionsstörung, die auch als paradoxe Stimmfaltenbewegung bezeichnet wird, ist eine Art medizinischer Erkrankung, bei der eine Person einen abnormalen Verschluss der Stimmbänder erlebt. Diese Schließung kann dazu führen, dass die Person das Gefühl hat, dass sie wirkt, oder dass sie Atembeschwerden hat. Es ist eine Bedingung, die jeden in jedem Alter treffen kann. Es gibt verschiedene Anzeichen für eine Stimmbandfehlfunktion, die andere beobachten können. Die Person kann einen chronischen oder bellenden Husten haben. Die Atmung des Patienten kann pfeifend oder keuchend sein, wenn er versucht, wieder zu Atem zu kommen. Wenn er zu sprechen versucht, wird er möglicherweise heiser oder atemlos, wenn er zu sprechen versucht. Andere auffällige Anzeichen sind Nacken- und Brustkorbbewegungen, Unfähigkeit zu sprechen oder schnelle, flache Atmung. Bei einer schweren Funktionsstörung des Stimmbands kann die Person ohnmächtig werden oder eine Hypoxie entwickeln, bei der es sich um einen Sauerstoffmangel in der Blutbahn handelt. Es können auch Anzeichen einer Zyanose mit Hypoxie auftreten. Dies kann dazu führen, dass die Haut blau, lila oder hellgrau wird. Wenn eine Person die Symptome einer Stimmbandfunktionsstörung beschreibt, kann sie angeben, dass sie Probleme beim Einatmen oder beim Ausatmen hat. Einzelpersonen können sich über Engegefühl im Hals beschweren oder ein Ersteckungsgefühl melden. In einigen Fällen kann eine frühzeitige Warnung vor einem bevorstehenden Angriff angezeigt werden, und die Person kann das Gefühl haben, dass sich ein Kloß im Hals bildet oder ein scharfer Geschmack im Mund vorliegt. Obwohl Stimmbandfunktionsstörungen recht häufig sind, erkennen viele Ärzte und Krankenschwestern in der Notaufnahme diesen Zustand möglicherweise nicht. In medizinischen Fachzeitschriften wurde darüber geschrieben, die Anzeichen und Symptome imitieren jedoch oft viele andere Arten von Zuständen. Eine Funktionsstörung des Stimmbands kann fälschlicherweise als Asthma, allergische Reaktion oder sogar als Panikattacke diagnostiziert werden. Einige Behandlungen, wie ZB die Behandlung von pädiatrischem Magenreflux, können sogar Stimmstörungen verursachen. Wenn jemand eine Episode einer Stimmbandfehlfunktion hat, ist eine sofortige Behandlung erforderlich. Dies kann eine inhalative Mischung aus Helium und Sauerstoff, intermittierende Überdruckbeatmung, Bronchialinhalatoren oder sogar Medikamente gegen Angstzustände umfassen. Um zukünftige Angriffe zu verhindern, sind möglicherweise Langzeitbehandlungen erforderlich. Diese Behandlungen können Sprachtherapie, Atemübungen und selbst Hypnotherapie umfassen. Eine Psychotherapie kann auch empfohlen werden, um den Betroffenen zu helfen, mit dem Stress ihres Zustands fertig zu werden.